alt und jung das wohnprojekt meisenweg hi werner kommst du vom markt hallo karin ja ich habe eingekauft wir bekommen gäste zum abendessen weißt du wenig auf dem markt getroffen habe na sag schon eben habe ich getroffen der hat mir erzählt dass dagmar und horst umgezogen sind das gibt's doch nicht die haben hier doch über 30 jahre gewohnt eine tolle altbauwohnung mit blick auf den wochenmarkt doch doch die sind in den meisen weg gezogen ihr wohnprojekt ist fertig geworden ach ja ich erinnere mich irgendwann habe ich horst getroffen und da hat er mir davon erzählt so ein alternatives altersheim naja altersheim stimmt vielleicht nicht ganz aber so ein projekt mit mehreren generationen genau das projekt ist ein mehrgenerationenhaus wo junge und alte zusammenwohnen das ist echt interessant inzwischen leben da schon fast 30 personen junge familien sie sind mit dem jugendamt verbunden benötigen sie ein formular dann drücken sie bitte die 1 haben sie fragen zum kindesunterhalt dann drücken sie bitte die 2 haben sie allgemeine fragen dann drücken sie bitte die 3 möchten sie mit einem mitarbeiter verbunden werden dann drücken sie bitte die 4 unsere öffnungszeiten sind dienstag bis freitag von 7 uhr 30 bis 12 uhr und donnerstag von 17 bis 20 uhr telefonisch erreichen sie uns montag und mittwoch von 14 bis 16 uhr zwei sie sind verbunden mit der buchhandlung buchtipp sie rufen leider außerhalb unserer geschäftszeiten an wir haben von montag bis freitag von 9 bis 13 uhr und von 14 bis 18 uhr 30 geöffnet samstag sind wir von 10 bis 14 uhr für sie da wenn sie eine bestellung aufgeben möchten sprechen sie bitte nach dem signalton vielen dank herzlich willkommen in der praxis dr sieke bitte wählen sie aus den folgenden möglichkeiten für allgemeine fragen drücken sie bitte die 1 wenn sie eine nachricht für die praxis hinterlassen wollen drücken sie bitte die 2 wenn sie einen termin vereinbaren wollen dann drücken sie bitte die 3 wenn sie keine taste drücken wollen oder können dann warten sie einen augenblick sie werden direkt mit einer mitarbeiterin verbunden 4 autohaus tolle weber guten tag frau bultmann sie haben uns heute morgen ihr auto gebracht der auspuff ist kaputt und auch die batterie müsste ausgetauscht werden wir haben ihnen einen kostenvoranschlag gemacht da die reparaturkosten mehr als 100 euro betragen werden bitte rufen sie uns an wir sind heute bis 16 uhr zu erreichen oder morgen dann ab 7 uhr vielen dank und auf wiederhören was kann ich für sie tun im hotel hotel regent sie sprechen mit frau maisberger was kann ich für sie tun brandauer guten tag ich bekomme nächstes wochenende einige gäste und wollte nachfragen ob bei ihnen zwei doppelzimmer frei sind einen moment bitte ja da sind noch zimmer frei aber ich empfehle ihnen gleich zu reservieren was kostet denn ein zimmer 79 euro für ein doppelzimmer da ist das frühstück inklusive gut dann möchte ich die zimmer gleich reservieren gut frau brandauer die reservierung ist bis freitag 18 uhr gültig vielen dank gern geschehen kann ich sonst noch etwas für sie tun nein danke das war alles auf wiederhören auf wiederhören frau brandauer ein telefon gespräch haben berg hotel sie sprechen mit frau reinhardt guten tag mein name ist mönch ich rufe wegen ihrer anzeige als rezeptionistin an ja frau mönch haben sie denn eine ausbildung natürlich ich habe eine dreijährige ausbildung als hotelfachfrau gemacht gut wo haben sie denn zuletzt gearbeitet im landhotel potsdam leider mussten mein mann und ich umziehen deshalb suche ich hier eine neue berufliche tätigkeit wie sie sicherlich wissen frau mönch liegt unser hotel etwas außerhalb der stadt haben sie denn einen führerschein ja ich kann autofahren das ist kein problem dann bin ich gespannt sie kennen zu lernen kommen sie doch morgen um 14 uhr bei mir vorbei dann reden wir über alles weitere ich komme natürlich sehr gern dann bis morgen um 14 uhr auf wiederhören frau mönch auf wiederhören frau reinhardt reiseland deutschland nummer eins und jetzt der wetterbericht am samstag kommt es im osten wiederholt zu schneefällen im süden beginnt der tag noch sonnig bevor auch dort immer mehr wolken aufziehen der niederschlag fällt dort anfangs als regen und geht später in schnee über die temperaturen liegen um den gefrierpunkt achtung durch überfrorene nässe kann es zu straßenglätte kommen und hier die verkehrsnachrichten mit drei extra meldungen achtung auf der a3 nürnberg richtung frankfurt zwischen würzburg randersacker und würzburg kist liegen gegenstände auf der fahrbahn bitte fahren sie vorsichtig a8 stuttgart richtung münchen zwischen augsburg ost und dasing ist die linke fahrbahn wegen eines unfalls gesperrt achtung das stauende befindet sich in einer kurve a7 würzburg richtung kassel zwischen dreieck fulda und anschlussstelle fulda mitte kommt es wegen einer baustelle zu vier kilometern stau nummer drei und hier noch ein tipp falls sie am wochenende noch nichts vorhaben sollten am freitag beginnt das traditionelle baumblütenfest in werder das neben dem oktoberfest in münchen das zweitgrößte volksfest in deutschland ist bis zum sonntag werden circa 500.000 menschen aus aller welt an der havel erwartet um die blühenden obstgärten und die zahlreichen attraktionen zu genießen mehr zum blütenfest an der havel finden sie auf dem neuen internetportal und wenn sie schnell sind gewinnen sie bei uns zwei eintrittskarten für je zwei personen am samstag rufen sie an unter 030 45 45 45 man isst was man isst gesunde ernährung tipps zur ernährung essen ist doch genießen man muss sich zeit nehmen viele leute haben probleme mit der gesundheit weil sie nicht auf ihre ernährung achten sie denken nicht über ihre gewohnheiten nach ihnen ist egal was sie essen wie oft am tag sie essen wie viel sie essen und was und wie viel sie trinken die wichtigste regel für gesunde ernährung heißt viel trinken wasser tee und fruchtsäfte sind gut für den körper wer viel trinkt hat weniger hunger und ist weniger ein erwachsener mensch braucht zwischen zwei und drei litern flüssigkeit pro tag bleiben wir bei den getränken alkohol kann dem körper schwer schaden alkohol in kleinen mengen etwa rotwein tut aber vielen menschen auch gut essen ist genießen warum also nicht ein glas wein oder bier zum essen dazu die menge macht den unterschied ähnlich steht es mit kaffee trinken sie nie kaffee gegen den durst das ist viel zu viel aber genießen sie ruhig einen kleinen kaffee nach dem essen wenn sie lust dazu haben ernährung und lebensgewohnheiten gespräch 1 frau sei sie war sie sind jetzt seit einem monat in deutschland wie geht es ihnen mir geht es gut meine gastfamilie ist sehr nett und ich lerne jeden tag viel neues was lernen sie denn natürlich die sprache ich verstehe immer besser was die leute sagen und manches ist einfach anders es ist mir fremd was denn können sie mir ein beispiel nennen am ersten sonntag hat es in der familie kaffee und kuchen gegeben ich wurde gefragt ob ich zum kaffee zucker möchte und ich habe nein gesagt ich nehme kein zucker in den tee oder kaffee wenn ich auch etwas süßes esse und meine deutschen freunde haben gedacht dass ich nie zucker zu kaffee oder tee nehme und sie haben mir nie mehr zucker angeboten für mich war das sehr komisch dass man mich nicht mehr gefragt hat ob ich zucker will warum war das komisch in russland fragt man einen gast immer wieder auch wenn er schon einmal nein gesagt hat gespräch 2 herr sie haben ein paar jahre in china gelebt in shanghai wie ist denn das essen in china das essen ist gut mir hat es jedenfalls fast immer gut geschmeckt was ist beim essen anders wenn man in china essen geht bestellt meistens der gastgeber die speisen es muss viele verschiedene speisen geben weil man beim essen am liebsten von allem probiert die speisen stehen deshalb in der mitte des tisches auf einem drehteller so kann man gut das nehmen was man gerade möchte nehmen da nicht alle nur das beste ganz im gegenteil die besten stücke gibt man dem gast oder dem nachbarn also anders als in einem restaurant in deutschland ja ganz anders meine chinesischen freunde wollten gar nicht glauben dass in europa jeder gast nur ein gericht ist gespräch 3 herr brook sie kommen aus antwerpen in belgien essen die belgier wirklich so viel pommes frites vielleicht schon ich weiß es nicht so genau aber fritten und bier das ist schon wichtig und was fällt ihnen in deutschland auf kaffee und kuchen am späten nachmittag das finde ich sehr deutsch warum gerade kaffee und kuchen als ich zum ersten mal in deutschland war in bochum da gab es bei unseren deutschen freunden kaffee und kuchen ich war vielleicht zehn jahre alt und sehr dünn und die frau hat mir ein riesen stück torte mit viel sahne gegeben ich konnte es fast nicht essen ich mag das nicht gern was haben sie gemacht ja ich habe gedacht ist das zeug schnell dann ist es vorbei und als mein teller leer war hat sie mir gleich noch ein stück gegeben das war wirklich schlimm was denken andere über ich finde es gibt kein typisch deutsches frühstück überall gibt es ein anderes frühstück bei den einen gibt es müsli und tee bei den anderen kaffee brötchen mit butter und marmelade wieder bei anderen brot mit schinken und wurst hier mit ei dort ohne ei und am wochenende frühstücken wieder fast alle anders als in der woche ich finde das eigentlich gut wie bei uns in spanien essen wir nicht um zwölf uhr zu mittag das ist viel zu früh wir essen so um halb drei oder drei am nachmittag zu und deshalb gibt es auch das abendessen viel später in meiner familie haben wir nie vor neun uhr zu abend gegessen meistens später sie ich kann das nicht mehr hören diese dummen witze über englisches essen und trinken über das warme bier zum beispiel wenn ich mit freunden im pub ein paar bierchen trinke dann sind die nicht kälter und nicht wärmer als im gasthaus in deutschland und gutes und schlechtes essen gibt es in jedem land nummer eins essen ist für mich etwas ganz soziales ich esse morgens und abends immer mit meiner familie zusammen abends koche ich immer warm ich gebe mir viel mühe mit dem tisch decken denn essen braucht zeit und eine gemütliche atmosphäre essen macht doch in gesellschaft erst richtig spaß nummer zwei also ich kann die leute überhaupt nicht verstehen die sich stundenlang in die küche stellen und kochen und kochen gegessen wird dann in fünf minuten schade um die zeit ich hole mir sehr oft etwas fertiges nach hause zum beispiel pizza gesund ernähren das was schmeckt ist nicht gesund und was gesund ist schmeckt oft nicht nummer drei ich esse sehr gern ein neues rezept das ich ausprobieren kann das finde ich klasse ich kann stundenlang kochen und ich gehe auch gern die zutaten einkaufen kochen lenkt ab und ist denke ich schon eine kunst natürlich hat kochen auch nachteile oft habe ich probleme mit dem gewicht immer wenn meine waage gar nicht nett zu mir ist beginne ich eine diät nummer vier ich achte sehr auf meine gesundheit meine gesundheit ist mir wichtig deshalb ernähre ich mich ganz bewusst viel vollwert kost wenig fleisch viel vitamine ich verzichte auf fett und zucker reiche speisen außerdem esse ich regelmäßig das ist besonders wichtig ich liebe salat und viel obst wie sie in meinem einkaufswagen sehen nummer fünf ich weiß dass ich sehr ungesund esse in der woche wenn ich arbeite esse ich sehr unregelmäßig irgendwann schnell zwischendurch oft habe ich dann auch keine große auswahl unsere kantine ist nicht so gut ich esse dann auch weniger aber am abend wenn ich nach hause komme hat meine frau immer ein tolles essen für mich gekocht dann es sich richtig viel hören private und berufliche gespräche beispiel klarer hahn hallo frau hahn ich bin's marlene schneider ich rufe an weil ich fragen wollte ob sie am samstag in zwei wochen vielleicht auf leon aufpassen könnten ich muss den ganzen tag zu einer fortbildung gehen samstag in zwei wochen ja ich glaube da kann ich um wieviel uhr soll ich denn kommen acht uhr wäre super ja das geht und wie lange soll ich dann bleiben nachmittags ist leon dann um zwei zu einem kindergeburtstag eingeladen es wäre toll wenn sie ihn dorthin bringen könnten die adresse gebe ich ihnen dann am samstag und ich kann ihn dann auf dem rückweg von meiner fortbildung wieder mit nach hause nehmen gut kein problem dann bin ich am samstag früh da wunderbar besten dank bis dann bis dann lernbrücke talheimer ist mein name was kann ich für sie tun ja hier borchert es geht um meine tochter sie hat so viele probleme in mathe und braucht nachhilfestunden in welcher klasse ist ihre tochter denn in der neunten da können wir ihnen einzel oder gruppenunterricht anbieten das sind dann kleingruppen mit maximal fünf personen der gruppenunterricht in mathe ist am dienstag oder am donnerstag bei einzelunterricht sind die termine natürlich flexibel und wie sind so ihre preise die einzelstunde kostet zwölf euro die gruppenstunde acht euro also ich glaube der einzelunterricht ist doch effektiver könnten wir da am freitag um 16 uhr einen termin bekommen gut ich trage sie ein wie heißt ihre tochter denn therese alles klar besten dank und bis bald auf wiederhören hallo frieda gut schaust du aus tag erwin danke seit ich meinen bewegungskurs bei jugendliche unterrichten senioren mache fühle ich mich wieder so richtig fit jugendliche unterrichten senioren funktioniert das denn ja wunderbar willst du nicht mal mitkommen du bist doch auch schon über 60 ja das schon aber bewegung habe ich genug ich arbeite ja dauernd im garten es gibt auch andere kurse zum beispiel kunst du malst doch so gern aber das mache ich lieber allein zu hause hattest du nicht auch immer wieder schwierigkeiten mit dem computer da kannst du dir von den jungen leuten helfen lassen die erklären dir alles das wäre nicht schlecht wann sind die kurse denn mittwochnachmittags holst du mich nächste woche um drei ab dann können wir zusammen hingehen gut abgemacht herzlich willkommen im city hotel herr steinbach nehmen sie doch bitte platz danke so sie möchten bei unseren praktikum machen erzählen sie mir doch bitte was genau sie an der hotelbranche interessiert ich arbeite gern mit menschen zusammen und liebe außerdem die abwechslung und ich denke das hat man beides im hotel das sind ja schon ganz gute voraussetzungen sie wissen aber dass es keine festen arbeitszeiten gibt oder ja mir ist klar dass man schicht arbeiten muss und auch mal samstags oder sonntags dienst hat aber damit kann ich leben leider können wir ihnen als praktikant nur eine sehr geringe bezahlung anbieten 200 euro im monat das ist zwar nicht sehr viel aber völlig in ordnung bei vielen praktikumsplätzen bekommt man ja gar nichts stimmt gut dann erzählen sie mir doch noch was ja jacob tag anna gut dass wir uns hier im treppenhaus sehen ich wollte sowieso heute noch zu dir raufkommen endlich habe ich eine idee wie ich mich bei dir für deine hilfe am computer bedanken kann du hast das wirklich super gelöst funktioniert jetzt perfekt aber das war doch ganz einfach da brauchst du dich nicht extra zu bedanken doch doch schließlich hast du mir auch geholfen als mein rad einen platten hatte und ich nicht weiterkam ja aber das ist auch kein thema ich schraube einfach gern an rädern rum egal ich lade dich trotzdem zum essen ein ich habe nämlich einen chinesischen kochkurs gemacht wow du kannst chinesisch kochen super davon habe ich nämlich überhaupt keine ahnung wann soll ich denn kommen samstag um sieben okay das passt super geschichte geschichte hören ein interview sie hören radio lmm mit der sendung erinnerungen viele menschen können sich sehr genau erinnern wo sie waren und was sie gemacht haben als sie von einem wichtigen ereignis erfahren haben zum beispiel dem 11 september 2001 wir haben menschen auf der straße gefragt zuerst rainer brode aus landau in der pfalz na klar kann ich mich daran erinnern also bis gestern gewesen wäre ich war beim zahnarzt und bin dann nach hause gefahren zu hause saß meine frau vor dem fernseher sie sieht sonst tagsüber nie fern und ich habe mich gleich gewundert was los ist sie sagte nur die behaupten dass da in new york zwei flugzeuge in das world trade center geflogen sind ich habe das nicht geglaubt ich habe mich hingesetzt und mir die bilder angesehen und einige zeit nicht geglaubt dass diese bilder die wirklichkeit zeigen und immer wieder kamen die bilder vom ersten flugzeug und vom zweiten flugzeug und dem feuer in den türmen und dann wie hochhaus türme einstürzten es war wie in einem hollywood weltuntergangsfilm aber wir wussten natürlich auch dass die welt nach diesem ereignis anders sein würde und wir hatten richtig angst eine interessante variante hat uns ina stoll aus minden erzählt bei mir war das ungewöhnlich aber auch unvergesslich wir waren in urlaub in südamerika wir sind am 10 september mit dem boot auf einem fluss in den indianer dorf gefahren es war wunderschön wir haben wanderungen im wald gemacht und die fantastische natur genossen wir haben eine woche ohne elektrischen strom gelebt also gab es auch kein radio kein fernsehen und keine zeitung für unsere kinder war das richtig schwer als der mp3 player keinen strom mehr hatte wir sind morgens aufgestanden als es hell wurde und abends nach dem sonnenuntergang ins bett am 16 september kamen wir spät nachts zurück in eine größere stadt und sind alle gleich schlafen gegangen am 17 september habe ich beim frühstück in der zeitung meines tischnachbarn ein foto von der zerstörung in new york gesehen und die welt nicht mehr verstanden ich habe mir gleich eine zeitung gekauft habe aber nicht viel verstanden weil ich kein spanisch kann danach saßen wir stunden vor dem fernseher und haben den amerikanischen nachrichtensender cnn geschaut ich habe tage gebraucht bis ich begriffen habe was in der woche passiert war das war ein seltsames gefühl ich kam mir vor wie ein mensch aus einer anderen welt der diese welt neu kennenlernen muss aber was interessant ist wir hatten keine angst das war alles so weit weg das ging uns noch nichts an erst als wir wieder in europa zurück waren haben wir richtig gefühlt was los war und nun sind sie an der reihe rufen sie uns an und erzählen sie uns ihre geschichte aber zuerst kommt ein bisschen musik vergangenheit schriftlich und mündlich mein name ist adelina sanchez 1999 bin ich von argentinien nach deutschland gekommen zuerst habe ich einen sprachkurs gemacht der hat sechs monate gedauert danach habe ich meine mittlere reife an der abend real schule gemacht 2002 habe ich eine lehre als automechanikerin angefangen ich bin einige jahre nicht zuhause gewesen am anfang habe ich viel heimweh gehabt aber im letzten jahr bin ich nach argentinien geflogen und habe meine familie besucht wir haben eine schöne zeit zusammen gehabt männer und frauen wie anna und michael sich kennenlernten wir sind jetzt seit zwei jahren ein paar ich kenne michael aber schon länger weil er immer wieder mal in meiner firma war ja das ist einfach zu erklären ich bin telefontechniker und ich betreue auch die firma in der anna arbeitet zum ersten mal habe ich sie gesehen als ich die neue telefonanlage im büro von anna installiert habe und da haben wir dann zum ersten mal miteinander geredet ja das übliche halt was man so redet aber als michael mit seiner arbeit fertig war da ist er nicht gleich gegangen er hat dann noch so herum gedruckst er wollte einfach nicht gehen aber ich hatte einen termin und musste weg aber das gute war ja da ich für anders firma gearbeitet habe konnte ich immer nachfragen ob alles okay ist ob alles funktioniert ich habe öfter angerufen bis es endlich ein problem gegeben hat und ich wieder hin konnte eigentlich gab es ja gar kein problem mit der telefonanlage aber als michael immer wieder anrief da wusste ich was er wollte ich habe ihn dann einfach zum mittagessen eingeladen pro und contra familie oder beruf familie oder beruf wir haben eine umfrage gemacht und viele fragen gestellt was ist für sie wichtiger welche erfahrungen haben sie gemacht wie ist das für eltern und wie für die kinder 1 also ich finde diese frage müssen sie meinem arbeitgeber stellen ich würde gerne familie und beruf vereinbaren aber im alltag sieht das meist ganz anders aus unser sohn felix ist fünf jahre alt und geht in den kindergarten der kindergarten öffnet um 9 uhr ich muss aber um acht uhr am arbeitsplatz sein familienfreundlichere arbeitszeiten wären schon mal ein wichtiger schritt 2 das ist für mich keine frage ich komme aus der türkei und ich bin in einer großfamilie aufgewachsen die großen kümmern sich um die kleinen und die kleinen lernen von den großen in einer familie hilft man sich gegenseitig und das ist für mich das wichtigste im leben 3 eine schwierige frage mit familie meinen sie ja wohl auch kinder oder meiner meinung nach muss man sich entscheiden mein mann hat das geld verdient und mein beruf war hausfrau das ist doch eine gute lösung übrigens bin ich der meinung dass kindererziehung auch arbeit ist heute studiert unsere tochter im ausland und sie besucht uns manchmal vier meiner meinung nach muss beides möglich sein ich finde auch dass beide elternteile also väter und mütter die möglichkeit haben müssen ihre kinder zu betreuen und der staat muss dafür sorgen dass man nach dieser elternzeit wieder in seinen beruf zurückkehren kann das elterngeld ist eine sehr gute sache aber der staat muss noch mehr tun zum beispiel den kündigungsschutz verbessern krankenhaus einen konflikt aushandeln gespräch a frau marquez kann ich ihnen helfen brauchen sie ein mineralwasser oder vielleicht eine schmerztablette nein danke ich habe alles aber ich muss mit ihnen sprechen schwester olga alleine jetzt setzen sie sich erst einmal um was geht es denn meine bettnachbarin frau schneider ist eigentlich sehr nett aber sie redet nachts so laut im schlaf dass ich nicht schlafen kann das stört mich sehr ich habe einen ganz leichten schlaf und hier im krankenhaus mache ich sowieso kein auge zu frau marquez ich mache ihnen einen vorschlag gerade ist ein bett in einem anderen zimmer frei geworden sie können gerne in das andere zimmer umziehen das möchte ich eigentlich nicht ich habe mich doch schon an das zimmer gewöhnt und ich mag frau schneider wirklich wir sind ja ungefähr gleich alt und können uns gut unterhalten und ich möchte auch keine probleme machen aber können sie mir nicht ein schlafmittel geben und vielleicht auch etwas für die ohren aber sicher ich spreche auch mal mit dr kunzmann gespräch b herr ist mir wie geht es ihnen heute herr doktor mir geht es schon wieder ein bisschen besser aber das mit dem essen ist noch nicht richtig ich habe doch gesagt dass ich kein schweinefleisch esse ich glaube die wollen das in der küche nicht verstehen ich habe schon zweimal schweinefleisch bekommen ja ist mir bitte entschuldigen sie haben sie denn gleich die schwester informiert nein ich wollte keinen ärger meine frau hat mir etwas zu essen von zu hause mitgebracht wie gut dass wir jetzt miteinander gesprochen haben ich werde der schwester sagen dass sie das in zukunft besser kontrolliert vielen dank herr doktor ich danke ihnen herr östemir gesundheitsberufe herr blötz sie arbeiten beim roten kreuz in mainz in der zentrale ja in der zentrale wir sagen dazu rettungsleitstelle aber ich habe 15 jahre als rettungsassistent vor ort gearbeitet sie haben also 15 jahre lang erste hilfe bei notfällen und unfällen geleistet das war bestimmt sehr schwierig es war jedenfalls eine spannende zeit man weiß ja nie was passiert ist wenn man zur unfallstelle muss ein kind hat ein feuer gemacht ein alter mann hat einen herzinfarkt auf der autobahn ist ein unfall passiert wie hält man das aus für mich waren die arbeitszeiten am schlimmsten man muss ja auch in der nacht oder am wochenende arbeiten immer wenn ich etwas mit der familie machen wollte musste ich weg deshalb bin ich auch sehr froh über die feste stelle hier in der rettungsleitstelle und was machen sie da so ich beantworte das telefon wenn ein notruf kommt entscheide ich was getan werden muss ob zum beispiel ein krankenwagen losfahren muss dann informiere ich die kollegen und gebe ihnen die wegbeschreibung zur unfallstelle und ich sage was sie an der unfallstelle tun sollen das ist aber ein wichtiger job zum glück die arbeit macht mir viel spaß mir gefällt besonders die arbeit mit dem computer na dann wünsche ich ihnen noch viel erfolg bei ihrer arbeit und bedanke mich für das gespräch testtraining 10 hören detail verstehen einen schönen guten morgen meine lieben zuhörerinnen und zuhörer ich freue mich sehr dass die welle leipzig leute heute eingeschaltet haben und begrüße hier im studio herrn erich lanz herr lanz ist seit oktober an der universität leipzig eingeschrieben das ist ja nichts besonderes werden sie sagen aber hören sie herrn land selbst vielleicht können sie sich unseren zuhörern erst mal kurz vorstellen herr lanz ja gerne ich heiße erich lanz ich komme aus leipzig bin 73 jahre alt verheiratet habe drei kinder und bin schon fünfmal opa habe ich richtig gehört herr lanz sie sind 73 jahre alt und student ja seit oktober dieses jahres studiere ich hier an der universität leipzig geschichte wann sind sie denn auf diese idee gekommen mit 65 bin ich in rente gegangen zuerst freut man sich darauf und dann wird es von tag zu tag langweiliger also bei mir war es zumindest so ich habe dann ein paar kurse an der volkshochschule besucht und dort habe ich eines tages ein plakat der universität mit der überschrift seniorenstudium entdeckt das hat mich sofort interessiert und ich habe bei der studienberatung der universität angerufen und durften sofort mit dem studium beginnen ja im prinzip schon senioren brauchen dazu kein abitur um am seniorenstudium teilzunehmen musste ich mich nur als gasthörer an der universität einschreiben und jeder senior und jede seniorin kann gasthörer werden ja jeder der dazu in der lage ist die eigene ausbildung und die berufliche entwicklung sind zwar wichtig aber was zählt ist die lebenserfahrung und davon habe ich ja nun reichlich ist ihr seniorenstudium denn kostenlos nein nicht ganz es gibt schon gebühren gasthörer gebühren sie betragen pro semester 40 euro und was kann man denn so studieren als senior wenn man sich als älterer mensch zu einem seniorenstudium entschließt wählt man aus dem lehrangebot aus was einen interessiert es können die unterschiedlichsten fachgebiete kombiniert werden also ich besuche zum beispiel vorlesungen in geschichte habe aber auch ein seminar in soziologie belegt die zahl der veranstaltungen die man besuchen will bestimmt jeder selbst die anzahl hat übrigens keinen einfluss auf die höhe der gebühren die bleiben gleich und was bietet so ein seniorenstudium noch neben dem studium gibt es spezielle veranstaltungen für senioren wie zum beispiel eine einführung ins internet zu semesterbeginn gibt es eine einführungsveranstaltung mit einem speziell für uns ausgewählten fachvortrag und am ende des semesters werden wir in einer veranstaltung das semester aus das klingt ja wirklich interessant herr lanz was müssen denn die zuhörerinnen und zuhörer tun die sich für ein solches seniorenstudium interessieren interessenten gehen am besten direkt zur universität ins büro wissenschaftliche weiterbildung und fernstudium dort kann jeder auf seine fragen zum seniorenstudium antworten bekommen die einschreibefrist läuft immer bis zum vorlesungsbeginn und formulare dazu erhält man ebenfalls im büro vielen dank herr lanz für die vielen informationen und viel erfolg bei ihrem studium nummer eins und nun zum wetter heute im verlauf des tages und morgen vormittag noch hochsommerliche temperaturen es werden bis zu 32 grad erwartet dabei scheint überall die sonne nur vereinzelt gibt es quellwolken ab morgen nachmittag von westen her erste niederschläge abends dann verbreitet meistens starke gewitter achtung für den raum hamburg besteht eine unwetterwarnung ab mittwoch wird es deutlich kühler nummer zwei liebe hörerinnen und hörer und hier nun unser sommer spezial gewinnspiel es gibt tolle preise der hauptgewinn ist dieses mal ein wochenende im harz für zwei personen sie müssen nur eine frage beantworten wie heißt der höchste berg im harz postgarten kosten nur geld und brauchen zu lange schicken sie uns die lösung deshalb einfach per sms an die nummer 0 1 7 8 5 5 6 6 7 7 viel glück nummer drei und nun noch ein veranstaltungshinweis das stadtmuseum veranstaltet morgen zu seinem 50 jubiläum einen tag der offenen tür und bietet stündlich kostenlose führungen sowie ein extra kinderprogramm mit einer spannenden geschichtswerkstatt an außerdem wird bürgermeister kunze eine rede halten und sie können das buch 50 jahre stadtmuseum zu einem sonderpreis von 5 euro erwerben der eintritt ist frei nummer 4 achtung hier radio berlin mit einer aktuellen meldung zum öffentlichen nahverkehr der öffentliche nahverkehr ist durch einen warnstreik bei den berliner verkehrsbetrieben weitgehend lahmgelegt die gewerkschaften wollen so eine lohnerhöhung von acht prozent erreichen der streik dauert heute von sechs bis 20 uhr und betrifft die busse straßenbahnen und u-bahnen der bvv die s-bahn fährt nach dem normalen fahrplan nummer fünf die verkehrsmeldungen auf der a92 ist die fahrbahn zwischen freising ost und moosburg süd aufgrund der starken regenfälle sehr glatt bitte fahren sie langsam und vorsichtig die unfallstelle auf der a8 bei holzkirchen ist geräumt hier gibt es keine behinderungen mehr und noch eine vorankündigung ab morgen ist auf der a9 zwischen neufahren und allershausen eine fahrbahn gesperrt es besteht stau gefahr